Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Heute Abend geht es weiter mit Frostpunk ab 20.30 Uhr auf Twitch. Und zwar starte ich ein neues Szenario, nämlich die Flüchtlinge. Wir haben ja die Hauptkampagne auf normalem Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Wir haben die Archen auf schweren Schwierigkeitsgrad und jetzt machen wir weiter mit diesem hier, mit den Flüchtlingen. Natürlich auch schwer und natürlich blind. Das heißt, ich kenne das Ganze nicht. Ich weiß nicht, was uns hier erwarten wird. Es wird mit Sicherheit wieder ein dramatischer Abend. Wie gewohnt starten wir aber erstmal mit ein bisschen Zigarre und dann Whisky, Whisky-Tasting. Und diesmal ist die Abfüllung von Vic.de, die Eiler-Abfüllung dran, die sie dauerhaft jetzt im Angebot haben. Und die werden wir probieren. Ich hoffe, ihr mögt Eiler-Whisky. Ich mag sie sehr und ich bin gespannt, wie dieser hier schmecken wird. Wir sehen uns heute Abend ab 20.30 Uhr auf Twitch. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.